Hallöchen zusammen, hier ist der Frankenhandi und wir spielen mit Survival. So, ich hatte jetzt eine längere Aufnahmepause, deswegen bin ich mir gar nicht mehr so flüssig, was ich denn hier das letzte Mal tun wollte. Auf jeden Fall schmeißen wir hier erstmal das Fett auf das Feuer, wenn es eh schon burnt. So, unser Wassertank, der ist so ziemlich leer. Okay, ähm, Backbank. Die würde ich gerne mal upgraden, auf jeden Fall. Äh, ja hier haben wir schon ein Safety Locker, jawohl. Schön, schön, schön. Ähm. Hier haben wir noch ein sehr leeres Zimmer. Mal gucken, was wir da so alles reinbauen. Hm, ne, brennt es ein bisschen näher. Ist nicht so schlimm. Was für eine Uhrzeit haben wir, äh. Die geht ja auch normal auf die Tür. Wie viele Sachen gibt's. Hier unser Dry Rack. Ja, schön. Unser Auto steht in der Garage. Ja, yes. Okay. So, da haben wir hier unser Motorteilchen und Heimer. Und den Heimer, den sollten wir vielleicht mal mitnehmen. Dass wir frisches Wasser hier wieder bekommen. Oh, ja. Werkzeug haben wir mehr wie genug. Und der Shirt. Gerade, dass wir die nicht wegbekommen. Ja, unser Prinzip Bauteile spawnen hier auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was ich... Oh, schön. Und das habe ich eh... Ah, geht mal her. Ich weiß gar nicht mehr, was ich weiß gar nicht mehr, was ich weiß gar nicht mehr. Irgendwo mal aufgebaut. Zum Leder tocknen. Ich dachte, ich hätte das hier schon mal aufgebaut. So, wo... gunpowder salpita der fein geht machen ja 8 wörter acht nägel und die menge seil ich weiß gar nicht ob wir teil noch haben so ja doch mal hier ein nagels die nagels kommen hier ein oder ja kommen nagels sein kein schönes wort nagels holt euch da schon die zehn nägel hoch wenn ich nagel sagt ja was soll man hier denn dann holz und so und die lumpen ja ja da haben wir schon leder bisschen wasser war der meinung wir haben noch irgendwas da noch alles kann aber nicht alles sein ich war der meinung wir hatten hier noch ein stund so so hier ein paar von den karten ein paar nägel ich glaube komponente haben wir reichlich diese licht machen die mache ich auch mal hier ein und habe ich das jetzt runter geworfen tatsächlich könnte ich vielleicht mal ich könnte die eigentlich mal am haus anbringen das wäre viel da ist ja schon eins dann machen wir noch eins hier hinten an und jetzt vielleicht noch kann man das vielleicht da oben haben wir noch hier kriegen schon noch licht hier in die hütte ein ja jetzt brauchen wir seil ja blatt und bocke blatt und bocke blatt haben wir ich dachte ich habe doch noch seile zusammengebastelt oder hatten wir hier nicht ich dachte auch ich hätte hier schon so ein und habe ich das vielleicht oben oder was macht er nicht hier ist noch mein koffer mit meinen schuhen ja nö da war bocke hatte ich ja ist anders da ne dann machen wir halt ein bisschen borker 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 haben wir noch was im auto dann haben wir dann noch ein breiten ich hatte doch was ist denn mit dem spiel hier los ich hatte doch hier so ein wasserkocher stehen ich bin mir nämlich ziemlich sicher das hatte ich nämlich hier vor das haus hingestellt aber wo ist mein ach nein hier ist mein wasserkocher gott ich habe schon ich nur diesen einen eimer sonst sollte ich vielleicht mal noch ein zweites machen so jetzt brauche ich erstmal ein ein messer komm wir machen mal bocke so ein schöner tannenbaum da kann man schön bocke machen ich bin schon abgeschält jetzt hier das mal anscheinend mal dem hier auch backen was sind das da hinten finde in der wand das erste mal irgendwie oh ich glaube das sollte jetzt erstmal reichen an bocke äh äh ach so ist es so nah hier gewesen sachen gibt es meine schutzausrüstung die habe ich noch an das ist schon mal gut so wie war das jetzt wieder hier mit äh weil ja ich brauche noch nein oh wollte gerade sagen ich brauche noch blätter jetzt kommen schon wieder die zombies highland da wollen bestimmt nicht ja hier gibt es eh nix was wäre es ausschaut oder diese gruselige stimmung immer 2 ja ja genau 100.000 läuft da noch Halleluja Wissen, da laufen viele Ja, ich sehe es schon Es ist geschlossen, geh weg Wo will der denn hin? Irgendwie habe ich das Gefühl Hier in dem Haus sind mehr Fenster drin Ich habe Hunger Es ist ja ein sehr schlechter Zeitpunkt Um Hunger zu haben Um Hunger zu haben Ich habe noch nicht so viel Munition Sonst würde ich da schon mal Schon wieder vorbei? Nee Das ist geschlossen, geh weg Kein Eingang Also hier in der Ecke stehe ich doch relativ sicher Hier sieht mich irgendwie keiner Finde ich gut Wenn man ein bisschen mehr Munition finden würde, dann würde ich vielleicht mal ein bisschen da außen rum suchen, aber Laufen wir auch gar nicht so gut Laufen wir auch gar nicht so gut Wenn der da draußen noch enttäuscht ist Wenn der da draußen noch enttäuscht ist Oder? Ja, der Nebel Hallo? Bist du noch immer da? Hallo? Keine mehr da? Wunderbar So, ich brauche jetzt noch ein paar Blätter Nicht Zweige Blätter Eine Feder Eine Feder Okay Ein Zweig Noch ein Zweig, noch ein Zweig Stein Ein Ein Blatt Ob die Axt sogar spiegelt, ist der Wahnsinn Eine Feder Ich habe durch Zufall erfahren, dass man die Blaubeeren braucht, um Hühner zu fangen Ich bin dann, als dieses Video lief, dann gleich schreiend aus dem Zimmer gelaufen Denn ich wollte nicht wissen, wie es geht Ich habe ja schon genug gehört Aber auf jeden Fall brauchen wir Blaubeeren Und wenn wir jetzt eh gerade hier Blätter sammeln Die Federn, die glaube ich brauche ich für Äh Für Pfeile Das wäre auf jeden Fall auch mal was Und das Ja, da ist ja noch eine Cola Und ich habe Hunger Okay Gibt es hier noch was zu essen? Hallo Ich glaube ich muss mal einen Bären jagen Oh Wow Äh So Das hat schon Ja Es hat gemacht Okay Blätter 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 Lassen Ich Bitte Nein 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 Hier Nein Hier Nein Äh Nee Grafics Ja Mensch Schrei mich doch Ja So Okay Hallo Herr Bär Hallo Schön Schön, dass du da bist Herr Bär Best to you Dann Nehmen wir halt hier Okay Dann stücke ich mal da ein bisschen Fleisch raus Zwei Vier Vier Sechs Wo war das andere? Zwei Die da noch drin Jetzt habe ich genau gar nicht genug Platz gehabt Das ist natürlich Volladosen Schank Ja Ja So So Der Borken Schank Wie weit lässt du dich denn stecken? Achso Ich brauche noch ein bisschen Borken Aber deswegen Wollte ich das Trotzdem hier mal kurz ein bisschen Ablegen Und meine Blätter Und ein paar Federn Das Seil Wenn schon mal ein Bär hier in die Gegend kommt Dann muss man das schon mal ausnutzen Hallo Das Fett Da glaube ich haben wir noch genug Ja Aber das hier noch Drei Stunden Dann ist 22 Uhr So Aus dem Kopf Gibt es hier noch ein paar lecker Zwei Stunden Achso Ich habe Äh Als Werkzeug genommen Jetzt wird es aber Zeit fürs Bett Wir lassen die Sachen einfach Daraus sind Und Nach dem Schlafen Werden wir dann das Zeug hier baden Und neue Blätter suchen Und so weiter So Sleep Es ist halb eins Das heißt Wir schlafen so sieben Stunden Ja Erst mal die Kill anschüren Ähm Oh Kein Feuerholz Split half Gib mal her So Dann schmeiß mal rein Die gute Socke hier Und dann Äh Schmeiß hier mal das gute Fleisch drauf Ähm Ich habe hier noch Ich hoffe das verbrennt schon nicht das Fleisch Noch nicht gut Dann schmeißen wir gleich noch mal zwei drauf Medium ist es schon Jawohl Ich würde aber schon sagen Das was tue ich baden oder Well done Well done So Dann Nächsten zwei Ja das geht hier durch Wenn noch mal was Eine Stunde 39 ich habe noch feuer ich glaube so lange hat man gar nicht gebraucht aber ist egal so kann man zum fischstück gleichen saftige steak einhauen lecker du bist durch du auch wird es mit am wenigsten und ja der hat hier ganz schön lang gebraucht und steaks essen dann mache ich hier weil unser fleisch scheint die schokoriegel weiß noch nicht was machen wir mit schoko das noch mehr leder ob kann man die eigentlich nichts decken erfolgt so überall so viel platz dann hier ich wollte ja eigentlich blätter blätter jagen ich muss sowieso noch mal einen baum fällen da ist unser bär aber hier gibt es keine blätter in diesem wald wasser nein das wollte ich eigentlich nicht naja wird schon nicht so schlimm gewesen sein oder vielleicht ein bisschen flotter auto und so dann geht es wieder hier ist ein blatt juhu ein hammer toll so blätter ist schon also so 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 ich bin überrascht der blattlose wald steine ohne ende so 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 nice nice Säge Säge brauche ich so eine Säge ich weiß es nicht glaub nicht natürlich eine schöne Plane oh Steine oh Gott ich bin im Paradies ähm denk mal hier so andere jetzt hier diese hohenblatt war noch gerade 1200 blaubeeren naja hallo 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 oh f anja was gibt es hier noch so gasflaschen ja kann ich die mit dem autobatterie bin ich begeistert davon 99,7 dass die halb alle eine unterschiedliche haltbarkeit haben ist fast ein bisschen nervig blatt ich habe ein blatt so was gibt es hier noch hübsches metal scraps kommen und das bad kann ich eigentlich mal da lassen die zwölf nägels sind schon echt und die wasserflasche die komponenz gehen auch noch ein jawohl hier muss doch wieder unser haus sagen wir laufen mal in die richtung ja das ist hallo auch mal zu hier bitte so ich habe hier ganz viele platz erst ein paar feder und jetzt magst du mal bitte ein paar seien aber noch da ja herrlich so dann zu thema das ganze hier noch mal das ganze kann ich nicht anzutieren weil es dauert jetzt ein bisschen lang aber ihr müsst nicht lange warten dann geht es wieder weiter wenn es heißt der frank kann die der spielt mist ist dann